Und damit euch Herzlich Willkommen! Back! Äh, bei Medford. Wir haben das letzte Mal versagt. Und, jo, wir haben das letzte Mal versagt und deswegen mussten wir nochmal neu starten. Äh, daraufhin habe ich vergessen zu speichern, was ist vergessen? Ich dachte, ich habe gespeichert. In Wirklichkeit haben wir aber Energie bekommen. Tja, das weiß ich aber jetzt erst und, äh, ja, daraufhin leider nicht gespeichert. Jetzt habe ich doppelt abgespeichert. Aber im Prinzip macht das ja keinen großen Stress. Nur wichtig ist, dass wir hier... ...das hier auslösen. Genau. Genau. Okay. Sehr gut. Sehr nice. Wo denkt ihr, dass ich hingelaufen bin? Oh, okay. Das ist eine der Fähren. Da müssen wir hin. Vorher brauchen wir Raketen. Vorher brauchen wir Raketen. So. Das ist eine Energie- und Speichervorrichtung. Jawohl, wir wollen speichern. So. Und dann geht es zu uns weiter. Genau. Da brauchen wir leider Raketen. Das ist hier niemand unterwegs. Okay. Nach oben geht es nicht. Das heißt, ab nach unten. Oh Gott. Ah, cool. Die wissen gar nicht, wo ich bin. Okay. Okay. Komm. Okay. We need to attack here Hier Raketen Okay Speichern Ich muss mich da so konzentrieren Dass ich da Dass ich da gar nicht Sprechen kann Das tut mir nicht leid Das ist einfach Concentration ist natürlich wichtig Jetzt muss ich gucken Jede Menge Blazer strahlen Nicht zu hoch springen, nicht zu niedrig Oh Gott Wenn ich fliehen muss, dann einfach hier rauf, hier rauf Und dann hier rauf und dann schnell rein, oder was? Die verfolgen mich doch weiter Oh ne Dann nicht fliehen, sondern Einfach durch und gut ist Das war ja so klar Ich weiß noch gar nicht Das war jemand anders Was? Okay Okay, den Alarm hätte man auch vermeiden können, aber Oh Gott Gut Okay Gott, wir sind jetzt im Arsch der Welt. Zwei Treffer, wir wären weg gewesen, aber immerhin haben wir jetzt neun Stück. Das ist schon mal was. 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 Okay. Okay. Ah. Ah, okay. 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 Ops. Spürstens da, wie sie mich entdeckt. 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 Hä? Also müssen wir unten rein. Spürstens da, wie sie mich entdeckt. 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 Wir sollten schauen, dass wir dieses Mal keinen Alarm auslösen. Aber leichter gesagt als getan, ehrlich gesagt. Denn so einfach ist das nämlich nicht. Das ist da oben ein Auge oder zwei, das ist ein Auge, super. Wenn wir nach unten warten, bis es nach unten geht, dann ist gut. Dann alles safe. Das ist ein Auge. 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 Oh, okay. Soll ich mich denn da verstecken? Das geht gar nicht. Ich bin jetzt zwei Mal rumgelaufen und habe keinen Ort zum Verstecken gefunden. Das müssen wir doch Snicky-Snicky machen. Nein, das machen wir nicht. Tüte ich jetzt mal gar nicht einmal. So. 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 So.